Wie geht's hier? Hey! Yo, yo, Paulette! Ja, ihr hört es an und alle geredet sich aus, es sind unbedingt immer auch dabei, auch bei den Breakdance, alle, das seht ihr ja nicht, wenn ihr da unten sitzt, alle in schönen Anzügen, Silber und Rauboff, wenn diese Handschuhe hier stehen. Kuda! So, einfach so gekommen. Thomas, eben gesagt, es steckt eine Philosophie dahinter. Es ist halt nicht die ganz normale Musikgruppe, wie man es sonst kennt, sondern sind alle wirklich im Stile drin vereinigt, da sind Producer mit dabei. Was steckt dahinter? Ja, dahinter steckt erstmal Tanzen, Breakdowns, Breakdowns, das sind die für WM-Posse, und vieles mehr. Eigentlich ist es so ein Paket aus vielen Sachen und wir wollten Fetterbrücker waschen, und Fetterbrücker waschen, und Fetterbrücker waschen. Ist denn sowas entstanden? Entstanden, ja? Entstanden, ja. Viele waren für die Sputatsgruppe, wir wurden entdeckt, man hat uns ein paar Leute entdeckt, ja, dann hat man da entdeckt, man hat uns zusammengefahren und wollten dann die Fettes Ding rausfahren. Es ist ein super Erfolg, wenn du Platinschalk und Deutschschalken hast, aber es war nicht unbedingt absehbar, dass man Elektronik und Breakdowns noch so viel Start machen kann. Warum habt ihr trotzdem den Trend gesetzt? Naja, weil wir diesen Trends in 3 Jahren versuchen zu verfolgen, plus es war nicht so ein großer Durchbruch. Und durch Musiker-Struck haben wir eben die große Chance gekriegt, Breakdowns wieder zu repräsentieren. Also, dass alle sagen, dass es wieder Kopfdrehen geht, dass es wieder Armdrehen geht, das war jetzt das Ziel für uns. Ihr seid alle noch sehr jung. Was habt ihr damals gemacht, als die erste Breakdowns 1983 zu aus Amerika rüberschwackte, und wir die Winnie gewuchst und passen führten? Ja, was haben wir da gemacht? Wir haben auch zum Beispiel den ersten Rögen damals Biscuit gesehen, haben erstmal nachgeführt, alles beiseite geräumt im Wohnzimmer und haben die erste Special-E-Bunk versucht, die erste blaue Flecke umzugezogen. Und den Wohnzimmer-Struckteil liegt, deswegen müssen sie heute Musik machen, um Geld zu verdienen für die Eltern. Musik-Instructor, neben ihr in Wien recht sonst werdet ihr performen. Ja, heute ist der Freak, wie gesagt, und hat unsere Lieblings-Summer oder Franz, und die hat unsere aktuelle Hit Electric City. Viel Spaß mit dem Jürgen-Struckteil. Jürgen-Struckteil! Untertitelung. BR 2018 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 Musik 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 Der Bühne-Kartner, der Radio-Kartner zu hören, bei der Oberabendung von der Liede-Massette, Ramp-Dance-Kartner in Berlin. Wahnsinn, das war ein großer Sport, ein mittel-gedraubender Leute in den Wachstum, dass ihr das nicht sehen konntest. Wahnsinn, durchgeschwitzte Männer-Kartner. In der Schweiz ist alles klitschnack hier auf der Bühne, und da haben sie hier vorne alle mit der Zunge geschneit. Ich hab's genau gesehen, aber das Tempo hochgerutscht jetzt. Wahnsinn!